So, jetzt habe ich hier das Nadelkissen ausgestopft. Also man muss da, ganz wichtig, immer richtig schön in die Ecken rein mit dem Füllstoff und ja nicht zu sparsam sein, dass das schön aufgeplustert ist. So, dann passiert hier folgendes jetzt. Ich mache jetzt diese verdeckte Naht hier an dieser Stelle. Ich habe euch das schon einmal gezeigt, wo ich den Schierenzug meiner Tochter genäht habe. Und hier wird es genau gleich passieren. Ich nehme den Faden doppelt und dann nähe ich hier zusammen. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Und dann ist das Nadelkissen auch schon fertig. Das ist richtig. Das ist die Musik.